Oh, ein... Nee! Ja, geht's gut. Nee, mach nur Scheiße. Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Das ist... Oh nein, der Doppelgänger! Okay! Ah! Bist du da oben? Oh jeez! Der Eskalation, quickly! Komm her! Okay, du bist wieder überlebt, oder? Ja, von mir. Ich war uns sicher. WTF, Jack? Ja, du hast du nicht gedacht, du musst Jack bekämpfen? Nicht bekämpfen? Ja, der glaubte nicht etwa nach all dem, was er uns entgegengesetzt hat, dass er uns dann in einem 1v1 besiegen könnte, was nicht mal ein 1v1 ist, sondern ein 4v1. Schau, ich schaff das für dich. Naja, er ist fast tot. Naja, er ist fast tot. Naja, er ist fast tot. Naja, er weiß, was er zu tun. Was sag's denn? Wo ist denn, Jack? Ich werd'n... Ich werd'n Granaten auf die Mütze aus! Wo ist er denn? Da gibt's dritte vor die Nase. Dritte vor die Nase. Dritte vor die Nase. Dritte vor die Nase. Oh! Ich werd'n... Dritte vor die Nase. Dritte vor die Nase. Ha! Stieg gesungen. Was? Ha? Was? Nein! Der Schlüssel ist aufgeladen! Ich werde noch nicht sterben! Ich werde noch nicht sterben! Du kommst zu spät, Bandit! Der Sieg ist mein! Die größte Alienmacht, die Pandora je gesehen hat! Und ich werde sie kontrollieren! Da ist doch dritte. Da siehst du mal den Unterschied zwischen den Borderlands 1 Schurken und den Borderlands 2 Schurken. Ey, Stil war viel besser. Stil wurde einfach von dem Kameramonstern zerquetscht, denn er kann das gut passieren. Ja, aber Jack hat'n Schild! Oh! Shit! Ich will die Lava, wenn ich nichts haben wollte! Oh! Shit! Wer hat mich in die Lava... Die haben mich in die Lava geschmissen, die Schweine! Die Schweine! Oh! Oh! Shit! Ich will die Lava! Ich will die Lava! Das Vieh ist ein bisschen schon groß, oder? Ja, es ist groß, aber es kriegt irgendwie schnell nach unten! Ich hatte, glaube ich, länger Gebrauch! Der ist bis in 4 Leute, also... Ja, auch wieder bar! Oh, ne! Ich habe die ultimative Waffe! Also wenn wir so einen Akilten da für der Speed Impulse, also ist das ich auch schon. Oh mein Gott, deine Waffe macht so viel Schaden. Ich liebe sie. Meiner? Nein, Pascals. Das ist die ultimative Waffe. Was ist dieser ein Schwachsinn? Wer ist das eigentlich misspawnt? Der in der Trefft schon gerade fertig. Darf ich zu euch rein? Ich akzeptiere auch Lilith. Ich darfst die anderen freiwillig sterben. Okay, das ist wohl die beste Waffe um gegen das Ziel zu kämpfen. Ein einfaches Schaden. Ja, ich bin kaum Kratzer verpasst. Okay, Alter. Ah shit, I'm down. Help. Ich kann helfen, aber das hilft mir. Ah. Ah shit. Ah. Verdammt. Da möchte jemand nicht, der so hoch gehoben wird. Danke. So, wo ist er denn? Ah, da ist er wieder. Okay. Ah, oh shit. Ich werde mich genauer Raketen-Munition holen. What the fuck? Oh, hey, da ist ja der Kristallisk. Wenn ich ihm nichts tue, tut er mir auch nichts. Oh Gott, oh. Oh, ein bisschen Fuli. Ich brauche Munition. Ja, das Problem habe ich gerade auch. Das ist das größte Problem bei diesem Bosskampf. Alter. Okay. Okay, ich brauche mich. Naja. Ich wollte eigentlich Raketen wieder von Munition, aber das Spiel dachte sich so um ne... Bruder, Munition. Ich war trotzdem mit der... Oh, ich... Oh, ich fliege! Ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan! What's your Plan? Ah, man! Ah, man! Jetzt, die hab' da hinten! Ich geh' doch die Kammerportal. Mit dem, der haben eine Endgutseide. Ich... Ich schieß' hier mit einer Nahrungsdassverbreitung. Ha, so! Ja, niemals gerade. Wer ist es der Lust? Ich bin einfach auch ein Schild von Jack. Ja, geh' mir nach unten. Ich hab'n noch ein Schild von Jack. Ja, geh' mehr nach unten. Ich hab'n noch ein Schild von Jack. Ja, geh' mir nach unten. Ja, geh' mir nach unten. Ich hab'n noch ein Schild von Jack. so ein paar Mal aber auch so wird das wird auch durch am Arsch Ah! Nein! Warte! Ich kann schon drunter! Warte! Warte! Ich hab' den Bogen! We are Qtie! Qtiepie! Ich schieß' mit einer Waffe auf ihn! Ich kriege dir ziemlich Resistenz, das war's kann! Also trotzdem so viel Schaden macht! Ich geh' mir die ganze Zeit zum Bauch aufschießen! Oh Gott! Es alles wackelt hier, ey! Ja, willkommen! Zum Boss-Kampf! Äh! STIRB! Ich schaue uns hier auf Jeffy an! Ist jemand, du Rex? Boah! Ist doch gar nicht so böse! Ist doch ganz nett! Ist doch ganz nett! Ist doch ganz nett! Ja! Wobei, hier liegen ja auch so ein paar Sachen rum, aber... Ja, gut! Weiße Waffen! Das ist eher Bonus-Content! Ich will hier oben bleiben! Wie so still weg ist! Oh, du solltest mal zum Zahnarzt, Alter! Ja! Ja! Du kotzt ein bisschen lahm! Scham! Ach, das tut euch hier lieber zur Sache! Du kotzt nicht! Du bist ein bisschen guter Junge! Du bist ein guter Junge! Du bist ein guter Junge! Du bist ein guter Junge! Oh! Jetzt nicht mehr! Er wurde getötet! Oh! Ah, bis dahin! Uh, ist ein bisschen hell! Ja, man sieht gar nichts hier! Hey, Jakey-Boy! Nein! Noch nicht schießen! So darf ich nicht sterben! Nicht so knapp vor dem Ziel! Das ist wie ein Regio! Mhm! Ich habe mich mit dem Planeten retten können! Ich will Recht und Ordnung wiederherstellen können! Ich sollte nicht durch einen Zinsmörder und Psychopathen sterben! Du bist eine Bestie! Ein Wahnsinniger! Du bist ein Bandit! Und ich! Bin! Der! Verfluchte! Held! Der sterbende Handsome Jack! Cool, Mann! Wir lassen ihn jetzt hier so stehen, ne? Der Krieger war praktisch ein Gott! Wie! Wie! Um alles in der Welt! Hast du meine Krieger getötet! Weiß ich auch nicht! Ihr Idioten! Ihr Krieger hätte diesen Planeten in Frieden bringen können! Keine gefährlichen Kreaturen mehr! Keine Banditen mehr! Pandora hätte das Paradies sein können! Okay! Das ist das Ende Kammerjäger! Entweder du tötest Jack oder ich töte ihn für dich! Ne 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 ne! Das machen wir wenn er noch selbst ja! Ja, aber es ist ein Bonusziel Daniel! Und du warst immer so piecht auf die Bonusziele! Jetzt kommt das ultimative Dilemma dann! Das hab ich die ganze Zeit gefragt! Ich hab dich die ganze Zeit gefreut! Oh man! Du hättest noch warten können! Never! Doch! Ich wollt das Daniel so reinreiben! Ich hab Angst dass Daniel das falsch ist! Blöde Stück Scheiße! Du blöde Stück Scheiße! Weißt du was? Das hast du... Und du hast es kaputt gemacht! Und hast du nur wenn du nicht 3 Sekunden warten konntest! Oh shit was ist das? Leben ist Schmerz! Koringa ist zu Ende! Oh! Äh was ist mit Jacks Leiche los? Solltest du das aussehen? Du willst das Ding jetzt nicht berühren! Glaub mir! Langsamer! Ich wär fast drauf gegangen vorhin! Hey! Lelef! Wo zum Henker wart ihr vor 5 Minuten? Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot! Halt dein Maul! Ha! Ihr beide seid inkompetent! Ne es wäre unfair gewesen mit dem Brick hier wäre Ich hätte das Ding einfach die One Punch! Ich will ja nichts sagen aber Jacks Leiche sieht bei mir total bescheuert aus! Was zum? Sind das Kammern? Du weißt was das heißt? Ne Ha! Wir kommen nie zur Ruhe! Was? Yeah! Gute Musik! Yeah! Er ist doch schon auf 10 Sekunden warten kein Pascal! Ist das schon Copyright? Ja! Ist doch egal! Daniel macht das jetzt lautlos und rappt den Freestyle drüber! Haha! Genau! Nein! Er ersetzt das jetzt alles und macht seinen eigenen Rap-Bestion davon! Ja! 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 Maier! Ja! Ja! Ich mag den Song. Das hab ich mir gedacht. Ich finde richtig gut, ey. Nee, ich hab nicht gelacht, dass du den Song meins magst. Warum denn? Weil er funky ist. Oh. Ist der funkychen? Interessant. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob du das Song wirklich magst. Ich weiß echt. Naja, ich spiel gerade Luftschlagzeug vor meinem PC. Wahrscheinlich richtig schlecht. Oh, ist schon fertig, schade. Du hast den wahren Kammerjäger-Modus reingeschaltet. Im wahren Kammerjäger-Modus geht das Spiel erst röchtig los. Du kannst gegen neue stärkere Feinde, wirst mit besserer Beutebildung und kannst sogar noch höhere Level rein. Du kannst deinen Spielfall auf dem Modus im Haupt-Mü-Ende. Okay. Cool. Fett. Gab's nicht auch noch einen Kampf auf dem Mond oder bin ich da falsch informiert? Was? Was? Kampf auf dem Mond. Ich hatte irgendwie mal mitbekommen, dass es in Borderlands 2 einen Kampf auf dem Mond gibt. Ich dachte, das wäre der Endkampf. Nein, das ist kein Kampf auf dem Mond. Mond ist Pre-Secret. Ja, nee, aber das... Ich habe immer wieder erstaunt, dass der Mond bei Borderlands 2 einen Vergleich zu Pre-Secret dann wirklich so... ...fucked aussieht da. Was ist das denn? Was ist was? Es sieht so hübsch-shiny aus. Was? Also eigentlich ist das meiste, was hier noch rumliegt, das ist ein Skag. Lama. Äh, nee, ihr könnt's Skag. Lama-Rack. Der voll mit Skag ist. Ich glaube, der ist geslackt worden. Der Armin-Check schaut in euch nur an. Er sieht einfach total bescheuert aus. Er hat halt dieses Ze... Komm, du weißt auch, warum... Nein, 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 nicht wegen dem Zeichen, wie er da liegt. Ich weiß nicht, wie er bei euch da liegt. Ich weiß nicht, wie er... Wir sind ein bisschen komisch. Jo, na doch so. So, werte Damen und Herren, hat seinen Kopf da reingestellt. Wir hatten ja fast Borderlands abgeschlossen, aber... Jetzt kommen noch irgendwie 20 Deals. Ja, das kommt da, das kommt danach, wir haben ja trotzdem noch irgendwie so interessanter... ...so, die wir... Das ist ein bisschen, aber hey, hey, nein, die falsche Richtung. We? Wir müssen jetzt auch noch Claudius zu nehmen. Okay, ab denn. Wir müssen uns alle umruhen. Oh, du meinst wir gehen durchs Kammerportal, okay. Darf ich am Herzen mich umbringen? Ich habe es verdient. Alle zusammen machen wir das. Oh, guck mal wie weit es da runter geht. Ja, fick dich. Musst du auch alles kaputt machen. Okay, seid ihr bereit. Oh, scheiße. Belastet dich dein vieles Geld? Nein, es belastet mich, dass ich mich nicht umbringen kann. Und auch tot bleibe. Du weißt doch tot, das ist eine neue Version von dir. So, wohin rennt ihr denn jetzt? Achso, wir gehen gar nicht durch den eigentlichen Ausgang oder was? Nein, wir machen es schneller. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich langweiler? Nein. Erstmal alles abgeben und erstmal gucken, was wir alles vergessen haben. Da ist schon mal ein Rufzeichen. Es gibt ja noch After, After Mission. Oh, After Mission. Ja, für den After. So richtig für den Popo. Wird mir toll. Das sagt sie uns. Ich bin 50, ja. Ja, und das ist noch nichts für uns. Level 50 ist das. Nein, aber, aber ich weiß, dass es im Vergleich zu einem anderen Monster im Fliegengewicht ist. Also, wenn du das mit Crawler magst, vergleichst, dann ist das natürlich nichts, aber trotzdem, jetzt ist es noch zu früh. Aber es ist wieder das typische Endgame-Monster. Und? Ja. Was jetzt? Eines. Irgendwer muss sich um all diese neuen Kammern kümmern. Hey, meins! Du kannst es mir wunderlich von Kammern meins sagen. Sagst du? Was denkst du, Len? Bevor wir uns diese Kammern ansehen, haben wir noch einiges zu tun. Sanctuary braucht einen neuen Schild. Hyperion muss ausgelöscht und unsere Gefallenen müssen begraben werden. Jack ist vielleicht tot, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Ich verstehe. Was denkst du, Brick? Ich dachte, ich hätte schon gesagt, dass ich die Kammerjagd übernehme. Also, ich geh mit Brick Kammerjagd. Was ihr macht, ist mir scheißegal. Ich geh immer mit Brick mit. Also, ich mach was ganz anderes. Hast du die Hyperion Nachrichtensendung gehört, wo es heißt, dass du Kinder umbringst und Welpen trittst? Ich hab den Karr gefunden, der die produziert. Er ist im Arid Nexus. Du solltest vorbeischauen und ihm das Maul stopfen. Klingt gut. Klingt gut, so. Vielleicht hab ich später was für dich. Hä? Ja, gehen wir hin, oder? So, was haben wir denn? Oh, ein neues Artefakt. Ja, unter Highlands und Orchers. Okay, dann gehen wir zuerst mal zu den Highlands und mal diesen Scheiß. Hallo. Hallo. Hallo, wa? Ja, hier hinten ist irgendwie so luftig. So luftig? Ja, da ist doch schon. Ich schliebe es. So, wo sind denn? Highlands Overloft. Ganz ehrlich. What the fuck? Ja, ich will noch was machen. Niemand fragt nicht, was ich will. Dann sag doch, was du willst. Du musst, du musst doch sagen, wenn du was erledigen willst. Nein. Was soll ich denn wissen, wenn du mir nichts sagst? Ich bin ein bisschen hungrig. Na, das ist ein Pech für dich. Na, das ist dein Pech. Das ist der Asi wieder, ey. Es sind immer die Deinen, die immer sagen, ey, du hättest es abgetrunken. Wissen könnte, dass ich vielleicht auch was tun wollte. Ich wusste doch, dass Obi-Wan in Higher Ground. Trotzdem ein Menü, ohne mir was zu sagen. Ey, Patze. Ich bin noch im Menü. Ja, okay, vielleicht ein bisschen spät, aber ja. Jetzt, jetzt, jetzt nicht mehr. Okay. Ey, Patze. Wo ist jetzt doch irgendwer aufs Menü? Ich mache, ich mache gerade nichts. Was? Was machst du gerade? Ich wollte nur sagen, dass ich gerade nichts mache. Ah, okay. Das ist völlig in Ordnung. Na los, rücken wir aus. Ich fordere dich heraus. Scheiße. Okay. Outsch. Scheiße, dieses Rocket Launcher. Aber du hast gestern wie cool, der Rocket Launcher ist. Aber du hast gestern wie cool, der Rocket Launcher ist.